Ja komm, rein da rauf da. Ah. Na, das geht. Hallo Freunde. Heute spielen wir mal Dreadlus aus Sikronberg, da mein Minecraft nicht geht. Ja, ich hab gestern um 3 erst reingeguckt, also heute um 3. Mitten, nachts. Deswegen guck ich jetzt mal, was Sven ohne Zahn mitgebracht hat. Und für alle, die das nicht kennen, ich kann das nur empfehlen. Perfekt. Perfekt. Die brauchte ich. Ja, gut, Alter. Und gleich 10 Stück. So, unser Mampa, den hab ich vom Event bekommen. Und der bret in 48 Minuten 40.000 Fisch. Das find ich schon ziemlich viel. Ein holzackender Sturmfeil. Grobi als Erzfeind hab ich noch. Eisflügler. Den find ich auch ziemlich gut. Ja, ein Premium Drache hab ich übrigens auch schon. Aus nem Kartenpaket. Aus einem seltenen Kartenpaket. Gut, ähm, hier haben wir alle losgeschickt. Und, ähm, ich hab doch... Ah, genau. So. Ohne Hicks wäre die Fischhütte und das Seegewerk nicht fertig geworden. Wenn ich das Hau drauf erzählen würde, würde er denken, ich wäre nicht mehr ganz dicht. 100.000 Holz bekommen wir. Ja. Was brauchst das Dorf noch, Grobian? Alles in Ordnung will. Vielleicht sollst du dich eine Weile hinlegen. Okay, mal gucken, was Grobian alles nicht jetzt hat. Grobian, bei all dem Wachstum im Dorf leben Wicker und Drachen praktisch aufeinander. Von wegen praktisch. Ich bin heute Morgen mit einem schlafenden Muffel auf mir. Muffel ist ein Drache und... Ja. Wir müssen die Midehalle aufwerfen. Oh, nein! 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 Ich brauch sechs Drachen und ich hab erst einen auf Level 36. Scheiße! Nein! Warum muss genau das kommen? Na gut. Ah, okay. Suche dann mal weiter. Gucken wir doch mal, was in unserem Mysterium-Paket versteckt ist. Collectible, Collectible, Collectible. Na okay. Ist ganz okay. Schön, dann... Warum ist die nicht verbunden? Achso, ich glaub ich weiß schon, woher... Gut, äh, den Schnupfbuckel... Dann lassen wir ja mal Feisch suchen. Mal gucken, was... Wahnsinniger Zipper macht. Und... Oh... 10,3... Ja... Na, das wollte ich nicht. 40 Runen kostet das. Dann wartet mal ganz kurz. Ich... Ich... Ja... Ähm... Ich werde das dann gleich mal gucken. Aber erstmal... Wolle ich jetzt mal... Euch so ein bisschen... Ja... Ja, halt zeigen, was man hier so macht. Und wie weit ich bin. Und wie weit ich bin. Ihr könnt ja mal gucken hier. Den Immerflügler bin ich gerade dran. Das habt ihr ja schon gesehen. Die schnappende Falle in Brutalsuch... Äh... Werd ich grad... Muss grad noch... Das ist dann tot exotisch. Da war ja noch 7,7,7. Ja. Also... Für sieben, sieben, sieben Runen könnte ich das bis sofort machen. Oder ich wär... Oder ich... Such halt noch 15 Helme. Frostgegenstand ist das glaub ich. Bei den Leuchtenbruch brauche ich noch ein so scheiß Ding da. Also diese Leuchtenbruch Verteidigung halt ne. Ist ganz gut. Und... Runensammlung 19 Runen. Da... Brüche ich auch noch... Einen Seelstel von den normalen. Oh cool. Ja. Und das findet man alles wenn man ohne Zahn los schickt. Ähm... Schicken wir ihn mal los und... Lassen wir ihnen... Ihn mal... Mal gucken wo man die Helme findet. Mal locker da noch woanders. Mh... Hier findet man die auch noch. Na gut. Dann suchen wir doch mal gleich den tödlichen Nada. Und hoffen dass wir ein paar... Von den Dingern kriegen die da brauchen. Ja... Den golden ohne Zahn hab ich. Das habt ihr wahrscheinlich schon gesehen. Und... Und... Der Mampfer ist ziemlich gut. Und... Ja... Ihr könnt ihr mal meinen enger sehen. Das openen wir mal. Hier seht ihr so ein paar Drachen hier an der Seite. Die ich hab... Die meisten aus Kartenpaketen. Und... Ja... Gut. Soll es das für heute schon gewesen sein? Und... Es ist halt jetzt nur... Weil... Ich ihn nicht einfach spielen kann. Das tut mir leid. Aber... Da hab ich mir gedacht... Ja... Cool. Dann kann ich doch wenigstens mal... Ach genau! Die Flotte kann ich auch versuchen. Okay Leute... Nein! Ich hab nicht den letzten Drachen genommen. Ich bin dumm. Okay... Aber vielleicht schaffen wir es ja. Das scheint ja hervorragend. Ich ess hier grad nur ein bisschen was. Hm... Okay... Überflühen wir das Ganze? Ich hab nur drei Drachen. Aber einen guten. Noch einen guten. Noch einen guten. Und noch einen guten. Also sie sind alle gut, die ich hab. Ich hab keinen schlechten mehr bei. Und irgendwie ist die Maus schon wieder rausgegangen. Das passiert im Moment irgendwie öfter. Ich aske mich schon immer, warum. Ja komm. Rein da rauf da. Macht ist kaputt. Macht ist kaputt. Macht ist kaputt. Los, 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 los. Ich will doch drei haben. Komm. Komm, man fahr. Ja! Oh, oh, oh. Ich hab gewonnen. Und drei Schlüssel. Abgesahnt. Ah, ah, ah. Was man mit den Schlüsseln machen kann, das zeige ich euch nämlich jetzt. Weiter. Dann warten wir. Können wir noch dauern! Ah, jetzt! Okay. Okay. Versuch doch! Das machst du eh nicht. Cool. Ja, und für viele kommt die nächste Flotte, dann würde ich mal sagen, fürs erste Ciao mit V und ein G mit D. So, 600 K bräuchte ich. Ich muss das Holz aber eh nochmal auffüllen. 206 kostet das. Das werde ich dann doch gleich mal MAKEN. Gut. Für 0 Euro kaufen. Und dann zum Training schicken. Dann wird er nämlich auch wieder richtig gut. Und wenn ihr jetzt Holzabbau im Hintergrund hört, dann ist mir das scheißegal. So, 788 müssen wir aber nochmal voll machen, oder was? 202 kostet das diesmal. Das machen wir doch gerne, oder? Ja? Wollt ihr, dass ich das nochmal voll mache? So. Dann machen wir so. Outro wheel. Gut. So. Mampfi, komm mal her. Du gehst jetzt für einen Tag ins Training. Gut. Wann haben wir denn noch ziemlich hoch? Naja. Aber das muss jetzt warten. Tschüss, Leute! Das war's für diesen Part! Wenn ihr noch einen Schechspaar sehen wollt, dann lasst einen Like da! Schreibt in die Kommentare, was weiß ich, dass es jetzt nur provisorisch bei Marken nicht geht. Tschüss, Leute! Tschüss, Leute!